Hallöchen Leute herzlich willkommen wieder bei der nächsten Folge von und fellow Tia und wir sind in Sexy Hills, meine Folge und ich hab mir, warte warte, bevor ich für den Englis machen, ich will das anders machen, ja, ja, belassen, belassen, okay, jetzt, so, gehen wir in das Menü, letzte Folge, ich habe meine Rückgrat zu wenig gemacht, jetzt was will ich heute herstellen, also, ja, ich werde wirklich, ich will, ich will, ich will, ich will mir eine Waffe gerade besser, das wird die Zeitpack, oder, ne, viel, komm, weil die schießen wir ja momentan sehr viel, wir schauen, ob die schadenmäßig, oh, das sieht gut aus, das sieht noch besser aus, das geht, äh, das ist scheiße, wissenschaft brauche ich, um das zu verbessern, kann wir nächsten Mal aber das kleber dafür brauchen sehr viel kleber woher soll ich das wissen so nächste marken genau ist man das schauen wir mal ob man ja maxi ok reichwächt wird mehr wert weniger das lassen das nicht schon wieder wir brauchen echt ohne scheiß ich lebe das will ich machen was brauche dafür leber da klappt aber meine güte wieso so viel kleber brauchen wir die lieber gewicht aber rein warte sinkt das haben wir mehr dürfen aber was ich will meine rüstung nicht schauen weil ich will bedingten besseren modul b haben wir wissen ja diese level haben wir wissen ja der reich und vollkommen nur brauche ich will auf diesen modul rein machen jetzt habe weiß es jetzt sofort ein fehler was habe ich immer gemacht kein kleber gesammelt und jetzt habe ich große verdammte minus ok das haben wir gemacht hier ist man die sind für haben wir gemacht im gruppe haben ja genau umgebung gibt es einen farm ich würde so sehen geil aus aber wir brauchen muss mir unbedingt rüstung erweitern und die wissenschaft das ist ganz allerwichtigste waffen glaube ich haben ja ich glaube schon ja sollten wir wir können wir können Ja, da ist es gut. Ja, da ist es gut. Flickflickflick! Nein! Oh! Was? Was ist das für ein Bug? Wieso würde ich komplett verarschen? Wo ist die? Ja, ist klar! Es ist so weit! Ah, super! Ja! Auf einen Seite! Wenn wir nicht zählen, dann packen wir zurück! Ja, müsst ihr dafür! Aktivitäten schaden uns nicht! Ja! 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 Über-ding! Sehr, sehr viel Kleber! Jetzt sehe ich! Oh mein Gott! Meine Nase juckt! So! Hallo! Komm! Jo! Äh! Wohin jetzt? Ich weiß nicht! Warte! Das scheiß! Ja, das sehe ich nicht! Kannst du mich verarschen? Ey! Ich triff ihn nicht! Du betrittst dein Privatgrundstück. Verschwinde. Oder sonst. Das ist dein Privatgrundstück. Was? Willst du mich verarschen? Willst du mich komplett ver- Kack eiern? Der fliegt immer weiter. Schaut er aus. Leute, tut mir leid. Aber ich glaube, ich muss... Das war echt Bug. Buggy. Muss er laden wahrscheinlich. Ich weiß, ich hoffe, er hat den ganzen Müll weggemacht. Weil ich habe ihn damit nicht gespeichert. Muss ich kurz schauen. Und unsere Waffe ist verbessert, glaube ich. Oder nicht? Schauen wir mal. Dann... Muss ich neu laden schon wieder. Wegen den verdammten Bugs. Warte, warte. Schauen wir mal. Was würde ich nicht für einen ordentlichen Dream gehen? Schauen wir mal. Schrott. Gott sei Dank, Schrott ist weg. Ist die Waffe verbessert? Offentlich brauchst du was Gutes. Doch, ist verbessert. Okay. Okay. Ich würde... Wahrscheinlich nicht verbessern. Aber gut. Ah, das... So wundert mich das nicht. So. Beenden. Wir beenden das. Okay. Gehen weiter. Jetzt mache ich noch mal die gleiche Mission. Wir müssen noch mal Bruderschaft. Ich hoffe, den Bugs werde ich nicht mehr geben. Das ist scheiße, Beenden. Übelst scheiße. Wow, wow. Hast du das? Das ist schon mal. Das ist schon mal. Alter. Jetzt haben wir... Das ist schon mal. Ja. Wir haben... Jetzt gibt es keiner. ja irgendwann coolen ok was ist er ja 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 scheiße hallo würde scheinen ey das bug schon wieder meine fucking fresse ist dein fucking ernst komm zurück verdammt ja 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 komm gib mir das hin komm ja lol ja 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 komm gib dir ja will ich ja will ich oooh schauen wir mal Ah, dieser verdammte Bugs. Das, wegen diesem Bug kann ich nicht die Spiele durchspielen, äh, durchspielen, ich habe schon durchgespielt, aber die Mission aufzuhören. Was soll das? Jetzt hinten muss ich gehen. Da hin, oh. Oh, was soll ich denn das tun? Ihhh, kommt weg. Ich schaue es. Ich schaue es. Ich schaue es nicht. Ich schaue es nicht. Oh. Ich bin da oder? Ich bin fast da. Ich verstehe nicht. Wieso Bugs diese Scheiß viel? Aber so. Das. Kleine Bugs ist okay. So Mission das kann so. Aufheben. Nö. Der Bugs übertrieben. Hier sollte irgendwo sein. Wahrscheinlich unter dir also sind die. Im Höhe Heli. Ja. Wie können wir sehen? Wir sind unter die Erde. Wo wir dürfen hier nicht. Ich glaube je weiter. Je öfter wir spielen. desto mehr Bugs gibt es. Schau. Da unten. Unter die Map ist der. Und ich wie er kann nichts machen. Und das geht mir als sowas auf Zeiger. Ich kann die Mission nicht abschließen. Und das geht mir als sowas auf Zeiger. Ich kann die Mission nicht abschließen. So. Daten. Wo sind Daten. 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 Vielleicht. Scheiß. So weit. Okay. Kommen wir aus. Da. Ich kann die Mission nicht abschließen. Ja. Ich kann die Mission nicht abschließen. Aber das ist das nicht. Ich kann die Mission nicht abschließen. Ich fühle mich. Ich fühle mich. Wie. Aber? Dann wie sie so einfach. Komm wir rein! Schmerz wir. Komm, wir haben zu an. Boah, filmt sie? Wie ist das? Wo ist die? So Leute, ich werde es... Scheiße. Ich bin auch aufhaltsam. Das, äh, wo ist das? Nee, das will ich nicht. So, äh, das, äh, was? Äh, das ist einfach so. Das will ich nicht. Geld. So Leute, ich werde es an dieser Stelle. Das war's. Wir sehen uns nächstes Mal. Ciao.